So, was geht ab YouTube? Pump Monkey 2 Kanal Pumping Monkey 2 Kanal Pede ruft an Bin ich gespannt Was ist deine Mission? Ja, klar mach ich das Ja, ja du Bastard Ora, warum beleidst du mich? Ja, weil du ein Bastard bist Ora Was hast du gesehen? Ich war auch nicht Was ist euer Problem? Irgendwann der sagt irgendwas über meinen Vater Warum luch ich nur? Ja, ich hab gesagt Komm nicht über Familie Komm nicht über Familie Du hast doch angefangen Junge Komm nicht bei Mutter Was hast du gesagt? Du bist Englisch? Englisch? Komm nicht bei Mutter Geh nicht zur Mutter du kleiner Geh nicht zur Mutter Englisch Was hast du gesehen? Ich hab Englisch Nein eben Ich hab Englisch Ich hab Englisch Erzähl mal was ist dein Problem mit den Mädels Warum kommst du mit den Mädels nicht klar hier? Weil Warum kommen die mit euch nicht klar? Also er Mother love me long time long time Sucky sucky fucking Weil die alle vor Kamera einen auf cool machen Der ist korrekt Wer? Der wirklich Ich schwere auf alles Der ist richtig korrekt Was hast du gesehen? Aber er ist nur korrekt Weil er jetzt vergeben ist Aber er ist nur korrekt Weil er jetzt vergeben ist Aber er ist korrekt Er ist ja egal Aber er ist korrekt Er nicht Was ist das? Ich hab die Freunde nicht zu sehen Was ist das? Was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Wer ist der schlimmste Junge aus Hanau? Wer ist der schlimmste Junge aus Hanau? Wer ist Bruder? Wer ist Bruder? Emina Emina Und du? Emina Martina Und diese Schlimmer Der kennt mich Jeder kennt mich Aber ich kannte den davon nicht Einmal Warte mal Guck mal Ich sag Wahrheit jetzt Einmal Ich war im Boss Halterstelle Im Boss Halterstelle Boss Halterstelle Kennt jemand Boss Halterstelle? Ist das Schlägerei mit einem Mädchen? Wallah Haram sagt so Pah 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 Sie hat nicht Ja So gewalttät Nein Nicht mehr Aber Guck mal Aber dieses Mädchen Keine Ahnung Die hat angefangen Man muss sich doch wehren Warte halt Wallah Haram Bist du klein dünn Aber kannst du schlagen oder was? Ja klein aber fein Guck mal Guck mal Man kann ja mit Leuten reden Ich versuch's auch mal mit reden zu klären Aber mit solchen Menschen wie dir Muss man Schläge anwenden Guck Wallah Ich bin auch traurig geworden Wallah Aber so Menschen wie du Die muss man schlagen Ich Ich bin nicht wie du Amna Ich schlage niemals Alhamdulillah nur reden Ich nur Gibt mir gleich eine Nein ich hab nicht gesagt warum Im Video kam wie so ein Stier auf mich Und dann sagt er so Ja Könnt ihr nicht reden und so Was redest du? Ne sorry du schreist wie ein behinderter sorry Verwechselt Und was bist du? Ich bin behinderter und was bist du? Dulisha Das ist eine Traumfrau Dulisha Dulisha ist deine Traumfrau? Dulisha Wer ist diese Frau Dulisha? Ich kenn sie nicht Du hast doch Tinder mitgemacht Die haben nur diese 2,50 Meter Dann Ich bin nicht wuli Wie ist das Frau Junge? Wie ist das denn hinter der Kamera? Ja der redet halt normal Nein mit mir nicht Da schleimt der Da versucht er klären Wie ist das? Nein Wallah Sag Wallah ich hab zugemacht Ey du weißt das ist nur Spaß und so Du bist eigentlich voll hübsch bla 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 Ich? Ich war auf meine Mutter ich hab nicht hübsch gesagt Schließlich hübsch ist mein Schiff Der hat sich gebessert Hübsch Mashallah Bruder Ja nur ein Video ja ein Video Ja Ja Du hast ja trotzdem gesagt Egal ob Video oder nicht hast du ja trotzdem gesagt Aber hinten ja Aber hinten kam auch Ja Auch Hast du auch gesagt du bist hübsch? Hübsch Hübsch Aber du bist zu mir gekommen Du bist hübsch hübsch Du hast zu mir gesagt Sag über mich etwas gut Und sag über mich etwas gut Was sag? Ich hab auf meine kleine Schwester Ich hab sowas niemals gesagt Er ist zu mir gekommen Er sagt guck mal ich bin korrekt zu dir Sei du auch korrekt zu mir Ich sag ja mal gucken Aber er ist halt nicht mein Typ Und dadurch Eigentlich hätte ich ganz normal gesagt Ey du bist nicht mein Typ fertig Aber dadurch Ich hab ja gesagt Du bist voll klein Und der sagt Du bist auch klein Als ob ich auf seinen Eltern gegangen wäre Ich bin auch nicht klein Guck mal Wie mein Bruderherz Angenommen Es gab nie YouTube Es gab nie meine Videos Okay Du siehst sie so auf der Straße Ja Erste Mal Sei ehrlich Würdest du sie einsprechen Nein Oder anmachen Nein 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 Das bist du Was? Ich sag's Bodka Mit einer 5er Donation Bruderherz Habe ich dir zuviel Schmerzensgeld überwiesen 5-0 Man muss ich nicht sagen Ich krieg dein Herz Bodka Dankeschön Bruder Und wer bist du? Und wer bist du? Ich weiß nicht was Sawatika heißt Sawatika heißt Hallo auf Thailändisch Aber du bist auf jeden Fall kein Thailänder Weil du es falsch ausgesprochen hast Ja ich weiß Aber ich bin gut grad am lernen Ja und wer bist du? Ja einer den du nicht kennst Ich hab dich nur grad bei Instagram gesehen Ja ich wollte eigentlich nur sagen Deine Bilder sehen sehr Aloe Ma aus Das ist Thailändisch zum Deutsch Lecker Aber gut ne Hast du gegoogelt? Ich war einen Monat da Deswegen hab ich bisschen gelernt Hast du gegoogelt? Nein ich schuld bei Gott ich war da Achso ok Und woher hast du meine Nummer? Ich hab dir doch grad gesagt von deinem Instagram Das ist öffentlich Also jeder sieht deine Handynummer Wollen wir uns treffen oder was ist deine Mission? Ja können wir machen Und wo wohnst du? Leider in Hamburg Was stellst du dir denn vor? Und was stellst du dir so vor? Was ich mir vorstelle Ich wollte mit dir thailändisch essen gehen Ok und danach? Dann wollte ich Enten füttern gehen Und dann wieder nach Hause Willst du auch ein Happy End? Willst du auch ein Happy End? Nein nicht von dir Hey Hey hör mal zu Was? Wir machen erstmal eine Ansprache aus Warte Ja Digga verarschen kann ich mich selber Hier Thai ist ja richtig verarschen Aber warum meinst du Eminein wenn du eine Thailänderin bist? Was hat Namen mit Nationalität zu tun? Ne übertrieben viel Nein bin ich nicht Nein Wie alt bist du? Es wird schon ein bisschen gespielt Obwohl Pumping eigentlich nicht so der Typ ist Wir gucken mal weiter Und wir machen uns Ihr wisst Wir sind Hyänen Ja 144 IQ Nicht nur 140 Sondern noch diese vier Gehirnzellen Wollah wir haben die ausgegraben Du? 27 Boah Allah du kannst mein Vater sein Ist klar was Was bist du dein Landsmann? Ich bin äh aus Hongkong Was laba Ich bin hobbylos dass du mich anrufst und thailändische Wörter googelst Du bist schon hobbylos dass du mich anrufst und thailändische Wörter googelst Na ich für bei Gott ich kennst Ja ja du Bastard Ja ja du Bastard Oha warum bin ein zu mich? Ja weil du ein Bastard bist Oha Ciao Wow Ja 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 Ey was war das gerade? Wer denkt so Weller geil Hayır SchiffG angepasst Weller Weller geil Ja, 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 geil, geil, geil. Ich weiß nicht, voll viele rufen mich immer an, anonym. Wie nennen wir ihn jetzt? Wen? Ich bin eine x-beliebige Person. Wie nennen wir diesen Typen am Telefon? Du darfst den Namen geben. Oder Martina, komm. Ich weiß nicht. Wo sag ich? Hongkok, keine Ahnung. Warte, warte, ich sag dir eine Geschichte, Bruder. Einmal hat mich, jemand hat mich angerufen, ja? Der hat mich gesagt, War das jetzt ernst gemeint, dass du deine Nummer veröffentlicht hast? Nein, also Insta, ich hab das neu gehabt, also vor ein paar Jahren, und da hab ich halt meine Nummer eingegeben, weil da stand Nummer eingeben, und ich wusste aber nicht, dass es öffentlich ist. Aber jetzt weißt du es. Ja, genau, und voll viele haben mich angeschrieben, angerufen, und ich versuch das in Einstellung zu finden, ich weiß nicht, wie das geht. Wirst du mal mit Handy-Nummer wechseln? Soll ich euch was sagen? Sie lässt es extra drin. Mutmaßig. Ich kann es nicht beweisen, jedoch auch nicht belegen. Ja, hab ich vor. Okay, dann sag doch mal jetzt schnell dein Insta, damit die alle angreifen. Emine Dere 1. Ruft sie alle an, und google thailändische Sprüche. Also war nicht mit Absicht, ne, dass du deine Nummer veröffentlicht hast? Ja. Ganz sicher. Ganz sicher. Komm mal mit der Kamera her. Jetzt sag mal in die Kamera rein, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Jetzt haben wir es, du X-Faktor, ihr wisst bescheidt. Warten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Ich habe das nicht mit Absicht reingemacht. Ihr Jonathan Frakes. Und wir glauben das natürlich. Was willst du denn? Folg mir an. Warum folgen sie dir auch an, wenn du eine Freundin hast? Ich habe 33.000. 33.000, okay. 33.000. Wie viel hast du? Wo willst du es nicht? Was, redest du chinesisch? Dann red mit ihr. Ah. Ne. Was hast du gesagt? Was hat er gesagt? Guck mal, das ist Pakistan. Ich kann das nicht sagen. Schahato, was heißt das Schahato? Guck mal, wie der reagiert hat. Mein Vater. Was war's für mich? Komm, wir grüßen nochmals jetzt jemanden. Meine Cousin. Bashar. Burak Abe. Ich grüße. Manal auch. Anal. Anal, ja. Ich grüße meine Familie und meine Freunde. Ich grüße die ganzen Putschen in den Kommentaren, die mich beleidigt haben. Mach einfach aus. Ohne reden. Einfach köftig. Okay, war lustig. War lustig. So. Ich mache schnappkies.